Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Wir haben heute Freitag, den 23.10. heute Nacht hatten wir die letzte TV-Debatte zwischen Trump und Biden. Ja, es war interessant zu sehen. Es gab Wortgefechte, es lief ein bisschen gesitteter ab als beim letzten Mal. Tja, was die Buchmacher sagen, aktuell schaut es so aus, als wenn Biden wieder mal den besseren Job gemacht hat. Das sind ganz, ganz wichtige Themenpunkte gewesen. Und was gab es denn unter dem Strich zu sagen? Unter dem Strich sind zwei Dinge extrem wichtig. Das erste ist die Frage, wer kann das Land wieder eineln? Weil wir wissen, das ganze Thema Rassismusdebatte und, 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 da gibt es viel, viel Unzufriedenheit im Land. Und das zweite ist, wer hat denn die besten Karten dafür, das Land aus der aktuellen Situation zu führen? Das heißt, aus den aktuellen Einschränkungen durch Corona und die ganzen nachfolgenden Wirtschaftseinschränkungen. Diese Frage wird jetzt mit, oder diese beiden Fragen werden jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großes Gewicht haben bei den Wählern, die noch nicht gewählt haben. Wir haben ja laut aktuellen Daten auch ein historisch hohes Ergebnis bei der Wahlbeteiligung. Also, es bleibt megamäßig spannend, auch wenn wir wissen, dass das Ganze erst wahrscheinlich am Ende entschieden wird. Wir haben es ja auch beim letzten Mal gesehen, da war die Kiste ziemlich knapp. Der Trump lag hinten und hat am Ende die Wahl trotzdem gewonnen. Wir werden sehen, am 3. November wird ausgezählt. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin, im Vorspann haben wir es auch gesehen, nächste Woche Dienstag gibt es noch eine Debatte hier mit ein paar Tick-Mill-Analysten. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich ein bisschen angespannt bin. Das Ganze ist in Englisch mein erster großer Auftritt hier in englischer Sprache. Das wird spannend. Ein bisschen Aufregung ist da. Aber gut, das kriegen wir auch alles gewuppt. Jetzt wuppen wir aber erstmal den heutigen Tag. Wir sehen es im Hintergrund schon nach der Besprechung von Nasdaq, von Austral-Dollar, Schweizer Franken, Kandollar, japanischen Yen. Und ein Blick in den Schweizer Aktienindex. Wenden wir uns mal so ein bisschen noch der US-Wirtschaft zu. Wir haben am Mittwoch das Biespuck bekommen. Und wir sehen es im Hintergrund. Ich drehe mich mal zur Seite. Die US-Wirtschaft weiter im Griff von Covid-19. Aber es gibt Unsicherheiten. Doch der Patient ist auf dem Weg der Besserung. So ein bisschen wie nach einer oder nach einer schweren Krankheit im Krankenhaus. Jetzt die Reha, wo es langsam wieder aufwärts geht. Also es gibt gute Anzeichen. Das Ganze ist alles noch auf wackeligen Füßen. Aber die größte Volkswirtschaft der Welt lässt sich auch hier nicht unterkriegen. Das ist das, was wir sehen. Und diesen Wachstumsmotor brauchen wir natürlich auch hier in Deutschland. Das ist für uns, für Exportnationen natürlich sehr, sehr wichtig. Also schauen wir gleich drauf. Und natürlich auch Chancen für den ein oder anderen Wunschmarkt. Also bitte, diejenigen, die hier live zuschauen, auf Zoom und auch auf Facebook, rein mit den Wunschmärkten in die Chats. Ich nehme mich dem ein oder anderen gerne auch mit an. Zuvor der Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre gesagt, machen wir weiter mit den Nachrichten, wie immer. Der Rundumschlag heute. Also, was haben wir heute auf der Agenda stehen? Einzelhandelsumsatz aus Großbritannien haben wir bekommen. Kleine Überraschung, die sind gestiegen hier im September von 0,9 auf 1,5. Und die Analysten wurden kräftig überrascht. Die haben nämlich nur eine Prognose von 0,4 gebracht. Also, es gibt auch immer mal wieder positive Meldungen. Heute um 9.30 Uhr bekommen wir Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Und zwar fürs verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistungen. Die Briten ziehen nach um 10.30 Uhr das Gleiche. Da gibt es den Gesamtindex, da gibt es das für das bearbeitende Gewerbe und natürlich auch für die Dienstleistungen. Und weil es so schön ist, machen wir damit am Nachmittag gleich noch in den USA weiter. Wir sehen es ja auf der Liste stehen, Viertel vor 4, 15.45 Uhr bekommen wir aus den USA den Einkaufsmanager-Index. Hier für das verarbeitende Gewerbe, für das Gesamte und auch die Dienstleistungen. Und dann natürlich, wie immer jede Woche Freitag, auch der Blick in die COT-Reports. Das dann wie immer heute Abend. Dann machen wir mal noch weiter mit den Nachrichten. Und zwar, was gab es diese Woche Neues? Es gab ein paar Highlights, kann man das Ganze schon nennen. Und zwar Nummer 1, Thema Industrieproduktion in China weiter angestiegen. Auch wenn viele sagen, diese Zahlen muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Der Markt spielt sie trotzdem. 6,9% das aktuelle Ergebnis. In den USA auch schöne Nachrichten. Sogar über den Analysten erwartet hier das Thema der Baugenehmigung für den Monat September. Wir wissen, der Immobilienmarkt ist sehr, sehr wichtig für die US-Wirtschaft. Hängt viel dran, sind viele Ketten dran beteiligt. Das spielt auch in Wiesburg immer wieder eine große Rolle. Hier die Zahl auch besser als erwartet. 1,553 Millionen Baugenehmigungen wurden hier im Monat September genehmigt. Das liegt auch noch über den Wert vom letzten Monat. Verbraucherpreise haben wir bekommen aus Großbritannien. Wir sehen es hier leichter, ganz hauchdünner Anstieg an dieser Stelle. 0,2 waren es im vorigen Monat. Die Analysten haben einen Zuwachs von 0,5% erwartet und der wurde auch getroffen. Rohe Lagerbestände sind zurückgegangen, aber nicht so weit wie das letzte Mal. Gestern haben wir dann schöne Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bekommen. Das sehen wir nachher auch im Biesburg. Da kommt langsam so Besserung auch in Sicht. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als im letzten Monat und auch weniger als das, was die Analysten erwartet haben. Wir sehen es hier an dieser Stelle hier unten auch. Die Analysten haben sogar mit einem leichten Zuwachs erwartet oder gerechnet. Und dass das Ganze unterm Strich weniger gewesen ist, ist eine schöne Sache für den Arbeitsmarkt. Den Indizes hat es nicht wirklich geholfen oder vielleicht hat es Schlimmeres verhindert. Ich weiß es nicht genau, aber auf alle Fälle ist das schon mal gut zu sehen. Und das Thema Verkäufe bestehender Häuser, gerade auch wichtig in den USA, auch hier eine positive Überraschung. Das hängt auch mit dem Zinsmarkt zusammen. Wir werden es nochmal, der Hinweis nachher sehen, im Biesburg, die Banken, explizite Ausweisung hier. Wir haben eine sehr, sehr hohe Hypotheken-Nachfrage in den USA. Und das sieht man natürlich, das spielt alles zusammen. Seht ihr, das sind so die kleinen Zahnrädchen, die hier immer wieder miteinander zu tun haben. Und das schlägt hier absolut mit in diese Kerbe rein. Das waren so die wichtigen Highlights der Termine in dieser Woche. Und jetzt schauen wir mal noch, was wir nächste Woche an wichtigen Terminen auf der Agenda haben. Los geht's. Montag gleich hier bei uns in Deutschland um 11 Uhr mit dem IFO-Geschäftsklima-Index am Nachmittag. Dann die Verkäufe in neue Häuser für den Monat September aus den USA. Dienstag USA Conference Board Verbrauchervertrauen. Das ist eine wichtige Quote. Wir wissen es, der Konsum in den USA ist extrem wichtig. Und jetzt haben wir gerade wieder die Phase Rekordhochs bei den Corona-Fällen. Wir haben einen, naja, sag ich mal, Markt in den USA, der durch weitere Schließungen oder Einschränkungen von Geschäftsöffnungszeiten oder Restaurants oder, oder, oder. Da kann ja eine ganze Menge kommen. Da muss man genau hinschauen, wie die entsprechenden Daten hier an dieser Stelle aussehen. Mittwoch gibt es den Zinsentscheid der Bank of Canada. Wir kriegen die Rohöl-Lagerbestände und natürlich auch noch die Pressekonferenz der Bank of Canada. Am Donnerstag geht es bei der japanischen Notenbank weiter. Hier sehen wir es. Die Bank of Japan ist dran. Und aus Deutschland bekommen wir dann am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen und am Nachmittag in den USA dann das BIP. Wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und am Donnerstag ist EZB-Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wird interessant. Ich glaube, nicht so interessant wird der Zinsentscheid. Was soll da groß passieren? Ja, viel wichtiger ist das, was in der PK danach erzählt wird. Das wird wahrscheinlich die Märkte auch so ein bisschen mit bewegen. Um 16 Uhr dann die schwebenden Hausverkäufe und am Freitag noch ein paar Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Die Verbraucherpreise in der EU. Kanada macht es BIP ebenfalls am Freitag. Und dann kriegen wir noch aus den Großbritannien, also aus UK sozusagen, die Herbstprognose. Das mal der Blick in die kommende Handelswoche. So, das wäre gegeben. Ich sehe schon, Fragen pflegen gerade auch. Ich wollte es gerade noch mal sagen. Wer hier Fragen hat, bitte rein. Ich habe da immer gerne auch ein bisschen Vorlauf. Das macht es entspannter, weil dann kann ich das Ganze gut planen. Also, ich freue mich immer über die aktive Mitarbeit. Und wir bekommen hier schon sozusagen Euro, Austral, Dollar, die Frage. Und, yes, das wird lustig. Heute wieder die Frage. Und wie immer freitags wollen wir Gold mal wieder Long anschauen. Das machen wir natürlich auch ganz klar gleich in den Charts. Und dann schalte ich auch einfach mal rüber hier in die Charts mit rein. Und wir sehen es im Hintergrund schon. Der Nasdaq ist hier da. Und das ist etwas, ja, Interessantes, was hier momentan am Laufen ist. Ja, wir wissen es. Wir haben es aus den Medien oft genug jetzt entsprechend gehört. Wir haben hier im Nasdaq eine, ja, kurzfristig historisch lange Phase an Kursrückgängen, wenn man es mal so haben will. Ja, wir sehen hier nicht wirklich grüne Kerzen. Also, weiße Kerzen in diesem Moment, in diesem Kontext. Wir haben zwar hier an dieser Stelle vor zwei Tagen mal eine Kerze gehabt. Hier hat so einen Hauch, Hauch, Hauch positiven Kerzenkörper gehabt. Aber, hey, Geist, da ist nichts gelaufen. Da war ungefähr eröffnet wie geschlossen oder umgekehrt, wie man es sehen möchte. Umgekehrt, ja, geschlossen wie eröffnet. Da ist nicht wirklich was gekommen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Und das ist das Interessante. Was ich jetzt im Nasdaq durchaus für diskussionsreif halte, ist, was passiert hier momentan, ja? Ja, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, der ein oder andere, der mich immer mal in meinem Wall Street Traders Lunch begleitet, der wird auch wissen, dass ich mir gerne mal Chartformationen anschaue. Und eine Chartformation, die wir hier im Forex- bzw. Indexhandel nicht so oft sozusagen geboten bekommen, ist das Thema einer Tasse mit Henkel-Formation, ja? Und so ein bisschen erinnert das Bild daran, ja? Also ich will jetzt nicht genau eingehen auf die Dinge, wo ich sage, wie muss denn für mich ein schöner Henkel ausschauen, ja? Aber es erinnert visuell ein bisschen dran. Und jetzt mal von den Bildern her gesehen, ist es ja immer wichtig, was macht denn so ein Bild überhaupt, ne? Und das zeigt uns halt das Verhalten der Marktteilnehmer, eines meiner Steckenteilferte. Und jetzt schaut mal, hier haben wir die Tasse, so. Und das könnte durchaus ein Henkel werden. Und das ist das Interessante, weil wir sehen momentan das Verharren an einer sehr, sehr, sehr wichtigen Schwelle. Und das ist eines der Markenzeichen von diesen Henkeln, dass wir entweder, wir haben nur eine ganz flache Kontraktion, die ist hier keine extrem ausladende, ja? Also wir haben vom Hoch bis zu diesem, also von diesem Zwischenhoch bis hier runter, haben wir über den Daumen 5%. Das ist, das ist noch okay für den Henkel, ja? Viel mehr sollte es nicht werden, sonst sind diese Formationen häufig, ja, fehlerhaft, ja? Aber die Chance, die wir jetzt haben, ist halt da. Und da ist die aktuelle Verortung von exorbitanter Wichtigkeit. Denn, wenn wir uns mal anschauen, wir haben hier die 11.600 Punkte Marke liegen. Das war das Level, was wir hier drüben gesehen haben, wo es hier sozusagen den Widerstand gab. Wartet mal, wir machen das mal noch ein bisschen schick hier, das an dieser Stelle. Hier, da, das war der Widerstand. Da wollte der Markt eine ganze Weile hin drüber, ne? Hier, extrem Rutsch, ran, abgeprallt, deutlich runter. Ran, abgeprallt, noch deutlicher runter. Und dann nach oben hin. Hier, das erinnert so ein bisschen an eine inverse SKS. Alles gut, alles da. Das Potenzial dieser SKS hat auch locker, locker Platz, bis hier oben ran, ans Allzeithoch zu laufen. Das ist alles kein Thema. Jetzt stehen wir aber hier an dieser Unterstützung. Und da bekommt diese Unterstützung eine sehr, sehr, sehr hohe Wichtigkeit. Denn, schaut mal, hier sind wir drüber gelaufen. Und zwar mit Schmackes. Ordentlich Bums kam hier rein. Und jetzt hier, das ist das, was für mich so hochinteressant ist. Wir sehen hier unten immer wieder Käufe. Der Markt lupft auch mal ein bisschen drunter, kommt aber sofort wieder zurück. Das heißt, wir haben hier an dieser Schwelle ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Käufen. Den Markt dort immer wieder stützen. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist jetzt der Punkt, auf den es drauf ankommt. Wenn die Stütze hält, ja, dann ist hier sehr viel Geld reingeflossen für die Stütze. Und wenn die hält, dann haben wir gute Chancen, tatsächlich hier auch nach oben durchzudrehen. Und das ist jetzt interessant. Erstens, auf Grundlage dieser größeren Formation, die ich gerade gesagt habe, die Tasse mit Hänkelformation. Weil diese können dann immer deutliche Kurssteigerungen nach sich ziehen. Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei ist das kurzfristige, auf dem Weg nach oben, ja. Das wäre das Interessante. Da ist für die kurzfristigen Tritter nämlich viel Luft drinnen. Und wir werden es gleich in den kleineren Zeiteinheiten sehen. Hier, diese Kerzen hoch, das sind bestimmte Marker im untergeordneten Trendverlauf. Und die sind interessant, weil hier ist ja viel passiert auf dieser Strecke. Auch im kurzfristigen Bereich. Die Swing Trader und, und, und. Es gibt ja eine Menge Händler, die am Markt aktiv sind. Und die werden an bestimmten Stellen auch wieder aktiv werden. Und das ist gut auf dem Weg nach oben. Das ist die Long-Seite, die positive Seite. So, und jetzt müsst ihr euch aber mal eins vorstellen. Hier ist jetzt ganz viel Geld in diese Verteidigung dieser Linie bis jetzt geflossen. Und wenn dieses Brett mit einmal bricht, ja, dann macht es Kabumm. Und wenn diese ganzen Kauforders hier unten drunter abgesichert ist und keiner fängt mehr auf, dann können wir flott einen Rutsch sehen. Und wenn wir uns im Tageschart mal umschauen wollen, hier ist nicht wirklich viel, was hält. Das heißt, nächster Punkt, wenn wir brechen, hier ungefähr 11.200 Punkte. Also, das ist wirklich wieder mal, wie meine Kollegin früher immer gesagt hat, bon fortuneuse. Das ist hier in Sachsen ein gangbares Wort. Also eine schöne Situation für die aktiven Trader. Bruch nach oben könnte deutliche Dynamik bringen. Bruch nach unten Dito im Kurzfristbereich. Das ist spannend. Und das schauen wir uns jetzt mal in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Also hier an dieser Stelle mal einfach geschaut in die Stunde. So, und da raffe ich mal ein bisschen was zusammen. Nehmen wir mal den Zeitrahmen raus und schaut mal, der Bereich von hier oben, hier bis hier runter, das ist sozusagen, das ist die Abgabe, die ganze Korrektur, die sich hier unten fällt. Und das ist das, was wir momentan halt auch sehen. Diese Verteidigung des unteren Bereichs, schaut mal hier, drauf, hoch, drauf, hoch, drauf, hoch, drauf, hoch. Kurz drunter, wieder hoch. Wir haben hier weiterhin übergeordnet einen Abwärtstrend, ja. Aber der Test hier unten fällt schon extrem auf. Und gestern, der Rutsch nach unten, hat direkt wieder Käufe reingemacht. Und die Frage ist jetzt, wir sind schon wieder da, geht es jetzt wieder hoch oder nicht? Und das ist jetzt die interessante Geschichte. Weil, was ist interessant? Schaut mal, durch diese extremen, kurzen Bewegungen hier unten drunter, sind wir jetzt in der Situation, dass wir, halt, Moment, das wollte ich gar nicht haben, dass wir hier so eine relativ steile Abwärtskurve, also hier oben haben, diese Trendlinie von oben. Weil die Bewegung immer flacher wird. Und hier sind wir jetzt in einem sehr, sehr entscheidenden Punkt. Und das ist das, worauf auch viele Händler schauen. Und das ist hier im Kleinstbereich. Schaut mal hier. Also jetzt müssen wir wirklich ganz genau hinschauen. Aber das sind halt die wichtigen Marker. Das, was wir hier momentan sehen, dieser Bereich hier, das ist ein kleiner, im Kleinstbereich, ein Widerstand. Und wenn der plötzlich wegfliegt und wir jetzt hier wirklich nur mal eine Ausnahme unten drunter gehabt haben und der Markt sagt sich heute zum Freitag, boah, Geist, wir sind jetzt so lange gefallen. Heute wird mal wieder eingekauft. Dann kann das durchaus flott dazu führen, dass wir nach oben drüber fliegen. Und dann haben wir die Anlaufpunkte auch gut da. Nämlich hier, nach der knapp 11.700 Punkte, hier oben rein, Richtung 11.8. Das ist hier auch der Dreh- und Verkaufsbereich. Und dann hier oben der Weg rein. Schaut mal, da ist ein Anlaufpunkt bei 11.69. Hier oben bei etwas über 12.000 Punkten. Und dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt hier oben in diesem Drehbereich um die 12.180 Zähler. Das ist echt eine interessante Geschichte. Und zumal, wenn wir uns diesen Bereich mal hier oben anschauen, um die, ein bisschen über die 12.000 Punkte Marke reingeschaut, das hier oben ist schon ein wichtiger Widerstandsbereich. Und da haben wir auch eine SKS oben drinnen liegen gehabt, die nach unten ausgeführt worden ist. Hier, schaut es euch an. Schulter, Kopf, Schulter. Und da kam Schmackes unten rein, ja. Das führt dazu, ja. Und das ist das, wo wir sehen, da ist die Nackenlinie da. Und die ist schon wichtig, weil, schaut mal hier drunter, kurzer Anlauftest, Abprall. Hier, kurzer Anlauftest, erneuter Abprall. Das ist hochinteressant. Und das ist das, wo der Widerstand hier oben um die 12.00 extrem wichtig ist. Also, es sieht sehr spannend aus. Und das, was wir jetzt hier gerade haben, also dieses Umfeld hier, ist das, was es momentan wirklich so hochspannend macht. Das ist alles momentan so extrem komprimiert hier, dass ein Bruch nach oben oder unten durchaus ordentlich Dynamik in den Markt bringen kann. Und das müssen wir durchaus auf der Uhr haben. Und das können dann am Ende entweder längerfristige Moves werden oder kurzfristige Ausschläge. Deswegen ist es wichtig, die Setups gut zu planen und oben reinzugehen. Und wie schon gesagt, ich habe ja hier oben schon eingezeichnet, die Linie hier. Alles, was hier oben drüber geht, nimmt den Bruch über diese Abwärtstrandlinie raus. Und dann haben wir die Chancen zur Oberseite unten drunter. Da müssen wir einfach schauen, was hier passiert. Wie schon gesagt, die 11.6 sind da extrem wichtig, sehr entscheidend. Und wenn die fallen hier, dann wird es wichtig, was passiert am Tagestief von gestern. Ich raffe mal kurz den Schatten ein bisschen zusammen, weil das Tagestief von gestern liegt auch in einem sehr, sehr wichtigen Bereich. Nämlich schaut mal hier, dieses Level etwas über 11.500 Punkte, das ist eine Marke, die hat im Kleinen historisch natürlich auch Relevanz. Weil wir sehen es hier im Hintergrund. Schaut mal hier, da hat sich der Markt gedreht, hier den Kopf gestoßen, hier ist er drüber gegangen, hat er gedreht, ist es hochgegangen. Jetzt sind wir gestern draufgelaufen und abgeprallt. Das ist wichtig und dann ist halt das genau der Punkt für die ganz kurzfristigen Trader, sind das ganz, ganz wichtige Anlaufmarker, die wir hier haben mit dem Bruch zur Unterseite rein. Und das ist spannend und wenn wir diese Linie nämlich hier unten auch rausnehmen, also auch Kurse unter 11.500, dann ist der Weg nach unten frei. Und da gibt es nicht wirklich was, was hält hier unten um die 11.200 Punkte. Und wer im Kleinsten noch was finden will, hier schaut mal hier drüben, diesen kleinen, oh den seht ihr gar nicht, diesen kleinen Zacker hier drüben, das hier, diesen Bereich hier hinten, das ist eine hauchdünne Chance, dass wir hier auf dieser Basis was bekommen können hier unten. Das ist mal so ein kleiner Haltepunkt hier drin gewesen. Mehr ist hier unter 11.500 nicht. Also wir werden sehen, wie es ausgeht und das ist aber das Spannungsumfeld, was wir hier definitiv haben. Also hochinteressant, wir machen weiter mit dem Blick in die Währungen und zwar starten wir mal durch hier mit dem Währungspaar Austral-Dollar, Schweizer Franken. So, hier haben wir ihn, Austral-Dollar, Schweizer Franken. Wir sehen im 4-Stunden-Chart schon mal sehr schön einen intakten Abwärtstrend. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an, noch auf der Tagesbasis. Ich muss hier bloß mal ein paar Linien rausnehmen, sonst sehen wir im Tagesschart gleich nichts mehr. Schaut es euch an, langfristig der Abwärtstrend absolut intakt. Hier den starken Schub nach oben bekommen, dann Seitwärtsphase Korrektur und dann gab es hier unten drunter vor kurzem absolut den Knall. Wir sind hier unten unter diesem ehemaligen Unterstützungsbereich drunter durchgelaufen. Das war hier oben dieses Level um die knapp 64,965, also 0,64,965. Das ist ein Bereich, da ist jetzt sozusagen der Markt rausgeflogen unten drunter durch. So, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist folgendermaßen. Wir sehen hier unten der nächste Support-Bereich. Den hatten wir hier schon eingezeichnet um die Marke von 64. Das sehen wir. Das war hier drüben historisch ein wichtiges Level. Da kam der Ausbruch oben raus, schön aus diesem Dreieck, was wir hier drinnen sehen. Also ich nehme mal kurz das kurz hier mit runter. Hier an dieser Stelle, da meine ich dieses Dreieck, diese Kontraktion vor dem Ausbruch. Und das kam ordentlich mit Dynamik. Danach, das sehen wir momentan übrigens bei vielen Währungen auch wieder, ewig laufende Seitwärtsphasen. Haben wir neulich auch gesehen im Euro-Austral-Dollar, da hatten wir auch so eine ewige Seitwärtsphase. Und jetzt kam der Markt dann dort mit ordentlich Bums nach oben raus. Hier sehen wir die andere Seite, den Schub nach unten drunter. Und das ist jetzt im Austral-Dollar-Schweizer-Franken wirklich hochinteressant. Und zwar, wartet mal hier an dieser Stelle, schaut mal hier, schön, hoppala, nach unten gelaufen. Hier, der kleine Abwärtstrend nach unten, Lower-Time-Frame, den müssten wir auch sehen, kurz einen Augenblick. So, Lower-Time-Frame, jetzt, da haben wir ihn, wir sehen ihn schön nach unten laufen. Und was haben wir hier in diesem Trend? Jawohl, gut aufgepasst, die, die es jetzt schon sehen, schaut mal hier, einmal nach oben, hier, zack, ran. Wir haben hier eine Beer-Flag, eine bärische Flagge, Leute. Und wenn die nach unten bricht, ja, dann haben wir wirklich richtig, richtig gute Karten, weiter runter zu laufen. Und das ist hochinteressant. Und was jetzt an dieser Stelle weiterhin auch hochinteressant ist, ist die Tatsache, schaut mal, wir haben hier um die 0,64,9, ich mach's mal kurz in rot, da haben wir das Verkaufslevel, ja. Und das ist echt eine interessante Marke hier, prallen wir jetzt auch daran ab, sind wir schön in den Bereich gelaufen. Von mir aus auch schon früher, wenn wir drüber gehen, klar, dann heißt das Korrekturausdehnung nach oben. Da haben wir auf der Oberseite auch noch ein paar schöne Anlaufpunkte hier, die kann ich mal nehmen, hier, diese Drehbereiche etwa um die 0,65, 1,50, 1,60 oben raus. Und dann natürlich diese kleinen Swingheiß hier oben raus, also hier oben die Marke von 65,7 und hier oben drauf leicht die 65,9. Also je nachdem, wie weit es dort nach oben läuft, ist schon einiges am Platz. Aber wenn wir im Trendkontext bleiben wollen, dann haben wir hier den Schub nach unten. Und das ist jetzt echt mega interessant. Und das schauen wir uns mal kurz in der kleinen Zeiteinheit an, hier an dieser Stelle. Da sehen wir nämlich, wie schön der Markt trendig nach oben läuft. Hier, das ist mal die Flagge. Zack, 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 steigende Hochs, steigende Tiefs. Und wenn das Teil nach unten rausgenommen wird, das ist dann echt die interessante Geschichte hier an dieser Stelle. Dann haben wir nämlich an diesem Punkt, wartet mal, kurz einen Augenblick, ich ziehe das mal ein bisschen zusammen. Dann haben wir in diesem Punkt nämlich schön den Ausbruch durch die Unterseite der Flagge, wenn wir das mal von hier unten nehmen wollen. Und das wäre das Short-Signal. Und dieses Short-Signal ist halt dann das nächste Signal aus der Korrektur heraus in Richtung des Trends zu laufen. Das sind übrigens einige meiner Lieblingssignale. Das hatte ich der Elena auch gezeigt. Du wirst dich jetzt bestimmt erinnert fühlen. Hier an dieser Stelle. Das sind so richtig gut laufende Setups, die wir da an diesem Punkt haben. Und das sehen wir hier. Und wenn wir jetzt mal schauen wollen, wenn es tatsächlich drunter geht, der Ausbruch kommt, ja. Hier unter dieses Level. Gerne noch ein bisschen Korrektur, wenn ich mir was wünschen darf. Und dann nach unten raus. Dann haben wir schöne Anlaufpunkte. Schauen wir nur mal auf die Trend-Tiefs. Schaut mal, da haben wir eins hier. Dann haben wir hier unten in diesem Bereich. Da. Hier haben wir eins liegen. Um die 63,94 in etwa. Und dann schon hier unten das Tief. Um die 63,7. Das ist spannend, ja. Und das ist das, worauf wir einfach nur achten müssen. Und was wir jetzt halt sehen ist hier. Ich mache es nochmal kurz an. Schaut mal hier. Das ist abwärts gerichtet. Ganz klar. Und hier im kleinsten Bereich. Dieser Aufwärtsschub ist jetzt schon mal gebrochen. Und wenn wir jetzt die Korrektur bekommen, die sehen wir ja im kleinsten. Je nachdem wie die ausfällt, wäre das sozusagen der Weg nach unten. Und wenn wir dann wieder runterfallen, dann ist das hier unter dieser Marke, hier unter diesem Zwischentief, die Entstehung des Abwärtstrends. Und der hat dann halt die Chancen, nach unten reinzulaufen. Hochspannend hier im Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Und damit blicken wir auf das nächste Währungspaar. Kandollar, japanischer Yen. So. Auch hier zuerst einmal wieder der Blick in das größere Bild auf Tagesbasis. Hier sehen wir einen entstandenen Abwärtstrend, der kurz nach seiner Entstehung erst einmal wieder korrigiert wurde. Aber, das ist jetzt das Schöne, wenn wir hier nur eine flache Korrektur sehen, dann haben wir Potenzial zur Unterseite. Das Potenzial sehen wir hier noch nicht zwangsläufig im laufenden Tagestrend. Aber, wir schauen uns das Ganze gleich mal in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Das heißt, was hier für uns jetzt interessant ist, ist diese Tatsache. Schaut mal hier. Erste Bewegung nach unten. Dann gab es die Gegenbewegung. Wir haben ein tieferes Hoch gemacht. Und dann sind wir quasi hier unten drunter gelaufen. Das heißt, wir haben an dieser Stelle jetzt hier einen validen Abwärtstrend. Das ganze große Bild hier, was wir hier drüben haben, erst einmal außen vor gelassen, weggeschoben zur Seite. Wichtig ist, was wir kurzfristig jetzt hier erleben können. Und da sehen wir halt hier unten drunter, also unter diesem Tief der Kerze. Ich schaue mal kurz, wo es gewesen ist. Das Low haben wir gehabt bei 79,399. Warte, ich schalte das mal kurz hier ein. 79,399. Also, da hin. So, da haben wir es da. Und das schauen wir uns jetzt mal im Stundenschart an. Weil das ist echt richtig interessant. Denn wir sehen den Bruch nach unten. Den haben wir ja gesehen. Der ist unten durchgegangen, hier an dieser Stelle. Also unter diese Marke hier unten drunter durch. Sind wir ja kurz gerutscht. Und dann gab es hier den kleinen Aufwärtstrend nach oben. Ich skizziere das mal eben ganz kurz. Dieser Aufwärtstrend war sozusagen erst mal eine kleine Korrektur. Also das, was wir hier sehen. So, so. Und jetzt wird man gleich sehen, worauf ich hinaus möchte. Da kommt die Schwäche zurück. Und das ist jetzt das, wo der Ausbruch durchaus eine Bestätigung finden kann. Denn wir sind jetzt zwischenzeitlich wieder hier unter dieses Zwischentief gefallen. Das heißt, diese kleine Korrektur ist jetzt schon mal zu Ende. Und jetzt sehen wir etwas. Schaut mal hier. Schub nach unten. Gegenbewegung. Und was sehen wir jetzt? Der Markt will runter. Und wenn der Markt tatsächlich runter will, ist das genau das, was wir brauchen. Die Bestätigung, dass wir die Umkehr bekommen. Und die bekommen wir faktisch im größeren Bereich dann, wenn wir unten das Zwischentief rausnehmen. Und das ist das Hochinteressante dann an dieser Stelle. Wenn wir diese Marke rausnehmen, dann haben wir gut planbare Anlaufpunkte auf der Unterseite. Und die will ich jetzt mal kurz skizzieren. Hier an dieser Stelle. Also unten knapp hier. Dieses Zwischentief um die, was haben wir hier, 79,18. Nächster Anlaufpunkt. Hier schaut immer schön die Zwischentiefs nehmen. Nächster Punkt. Erstmal 78,75. Und dann sind wir schon ganz unten. Hier unten nahe des Bereichs am Tief. Bei 78,40,45. Und dazwischen noch hier den Auffangpunkt um die 78,55,56. Das ist interessant. Wenn wir hier den Schub nach unten rein bekommen, dann haben wir nämlich hier die Bestätigung. Auch hier, da fließen verschiedene Trendgrößen auch wieder ineinander. Und dann haben wir die Stunde mal definitiv auch im größeren Bild abwärts gerichtet. Und das ist das, was wir brauchen. Homogene Trends in zwei zusammenhängenden Zeiteinheiten. Das sind interessante Mischungen auf dieser Seite. Das mit Sicherheit. Dann hätten wir das Währungspaar besprochen. Und dann möchte ich an dieser Stelle mal noch ein bisschen was in Anführungsstrichen Exotisches zeigen. Und zwar den Schweizer Aktienmarkt. Den muss ich jetzt mal rausnehmen hier. Swiss 20, das Kürzel. Nice. Es ist interessant, was wir hier sehen, wenn wir uns den Schweizer Aktienmarkt mal anschauen wollen. Dann sehen wir hier seit dem Sommer einen Seitwärtslauf in einer Trading Range. Oben 10.500 um die 40 Punkte. Unten das Level der Haltebereich um die Marke von 10.000 Punkten. Und das ist jetzt echt eine interessante Story. Denn zwei Sachen. In Range Trading. Hochinteressant. Nummer 1. Wir haben Chancen auf der Chart-Oberseite. Prallen wir hier nach oben ab. Dann Anlaufpunkte. Erstmal hier im Kleinen natürlich. Das Bruchlevel. Um die 10.115 bis 20 Punkte. Das wäre der erste Anlaufpunkt. Der zweite zur Oberseite hier. Dieses kleine Zwischenhoch. Knapp 10.300 Punkte. Und dann haben wir noch einen Punkt. Hier knapp 10.400 Punkte. Das die Oberseite. Das Thema In Range Rebound nach oben. Und dass das Relevanz haben kann. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Schaut mal. Hier. Reingelaufen. Aufgegangen. Reingelaufen. Aufgegangen. Und jetzt stellt sich die Frage. Geht es wieder auf? Wenn ja, haben wir schöne Marke auf der Oberseite, die wir reingehen können. Aber wenn nicht. Hui. Dann haben wir Platz nach unten. Und den Platz nach unten. Den sehen wir auch. Die schönen Auffangbereiche hier unten. Das sind schöne, interessante Marker. Die wir durchaus auf der Unterseite mit reinnehmen können. Wenn es doch nochmal ein bisschen volatil werden sollte. Haben wir hier unten den nächsten Anlaufpunkt. Und der liegt natürlich schön. In einem imposanten Level hier. Hier die Marke von, naja, was haben wir hier unten um die. 9600 Punkte. Das ist ein schöner Bereich. Schön auch, weil er halt schon Markterfahrung bekommen hat. Es ist jetzt kein Bereich, wo wir nur einmal herangelaufen sind. Sondern wenn wir das mal ein bisschen nach drüben ziehen wollen. Wir sehen es hier hinten. In der älteren Historie haben wir es gehabt. Auch hier nochmal kurz die grafische Aufbereitung des Ganzen. Schaut mal hier hinten. Das war ein Berührungspunkt, wo es nach oben ging. Hier wurde ganz klar ein Gap gerissen. Auch das sehr, sehr wichtig. Das war Price Action. Da ist nichts gekommen. Sondern es wurde angetestet und direkt wieder abverkauft. So, dann haben wir hier das Thema gehabt. Da war es noch Widerstand. Wichtig. Drunter. Dann ging es drüber. Dann wurde wieder getestet. Es ging nach oben. Dann wurde hier wieder ein Gap gerissen. Ja, hier dieser Bereich. Aber hat gleich dann dazu geführt, einen Aufwärtstrend zu bilden. Dann wurde hier nochmal angetestet. Und dann ging es wieder nach oben. Also, das sind relevante Marken, wo wir gesehen haben, da war schon häufiger Test dran. Und da hat der Markt häufig reagiert. Deswegen ist das eine Linie mit hoher Marktbeachtung. Und wenn dieses Level hier bricht, also wenn wir nachhaltig unter 10.000, beziehungsweise wir können es hier unten mal noch ein bisschen feiner ziehen. Hier unten drunter die Zwischentiefs um die 9.900 Punkte. Wenn das Level fällt, ist der Weg erstmal frei Richtung 9.600. Ich finde, das ist keine uninteressante Trading-Idee. Gerade für eine gute Portfolio-Gestaltung. Das lässt sich hier bei Tickme hervorragend umsetzen. Auch für das Thema Swing Trading kann man durchaus mal den Blick in andere Märkte mitwerfen. So, und wir werfen jetzt einen Blick in die Wunschmärkte. Und zwar haben wir auf der Uhr US-Dollar, Schweizer Franken und Euro-Austral-Dollar plus Gold. Das machen wir jetzt gleich mal hier der Reihe nach durch. Wir starten mal mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Und wenn mein altes Hirn nicht alles täuscht, haben wir hier eine richtig, richtig feine Abwärtsgelegenheit drinnen. Ich bin jetzt bloß zu blind zum Sehen. Hier haben wir es da. So, schaut mal. Tagesschart ist definitiv abwärts gerichtet. Hier an dieser Stelle, schaut es euch an, der Markt läuft einfach runter. Hier im Kleinen schön die Downside wird bespielt. Absolut hervorragend. Wichtige Level nach unten sind auch schon angelaufen worden. Beziehungsweise, ja, wurden vom Markt sozusagen schon als Zielbereiche mitgenommen. Wir sehen es hier. Wartet mal, ich räume das Ganze mal etwas auf, damit wir es ein bisschen besser sehen an dieser Stelle. Also, wenn wir uns mal auf diesen Abwärtstrend beziehen, kurzen Augenblick. Ich lege dazu mal noch für diejenigen, die das noch nicht kennen. Es gibt hier im Stereo Trader ein Add-on, das heißt MTON Live. Wer dazu mehr wissen möchte, bitte gerne einfach mal auf mich zukommen. Das kann dazu benutzt werden, um die Trends automatisch anzeigen zu lassen und natürlich auch die Korrekturtiefen zu berechnen. Da gibt es hier den sogenannten Entry Bar, den wir da an dieser Stelle haben. Und das sind halt so die Sachen. Das kann man einblenden, ausblenden, wie man es haben will. Den großen Zeitrahmen oder auch den kleinen. Und wenn wir uns jetzt den kleinen Zeitrahmen mal anschauen, das ist das, was ich jetzt gerade als aktuell laufenden Trend auch sehe. Dann sehen wir momentan, der steht sehr, sehr schön in einer laufenden Korrektur drin. Hier sehen wir es. Bewegung, Korrektur. Das ist das, was wir untergeordnet sehen. Und der korrigiert gerade. Deswegen ist der Balken hier da. Und das ist jetzt interessant, die aktuelle Verortung auch mal zu sehen. Denn wir sind hier im Kleinen, schaut mal hier, herangelaufen an einen wichtigen Widerstandsbereich. Und schwuppsdiwupps kommt hier wieder Schwäche in den Markt. Das ist interessant, was wir hier sehen müssen. Also dieses Level, was wir hier oben haben, dieses Verkaufslevel. Ganz grob um die 0,90, 84, 85 rum. Wenn das die Schwäche ist, die wir wieder sehen und wir hier direkt untergeordnet dann wieder einen Abwärtstrend bekommen, wäre das die Umkehr. Und dann haben wir gute Chancen zur Unterseite reinzulaufen. Hier unter das Zagestief hier unten drunter, unter das Trendtief oder unter die 0,90, 30. Das wären gute Chancen. Nach oben hin müssen wir das Ganze noch sehen. Wo sind denn Ausladebereiche, wenn die Korrektur weiter nach oben mitläuft. Aber wir sehen es halt momentan. Wir müssen die Umkehr beachten. Und das, was jetzt an dieser Stelle wichtig ist, sind halt zwei Sachen. Das ist zum einen die Verortung hier oben an diesem Verkaufsbereich. Und da, wenn wir tatsächlich etwas sehen, dass wir hier oben drüber laufen, also über dieses kleine Zwischenhoch, dann wäre das ganz klar das, das wäre der Fall, dass wir die korrektive Aufwärtsbewegung hier, das, was sich nach oben so entwickelt, hier an dieser Stelle, dass wir das nach oben fortsetzen, wenn wir da jetzt tatsächlich direkt rausbrechen würden. Und das wäre dann ein guter Fall, dass wir die Oberseite mit anlaufen können. Anlaufmarke haben wir auch da. Das ist das Zwischenhoch einmal hier und das ist das Zwischenhoch einmal dort oben. Also ungefähr hier oben die Marke von, was haben wir hier, wenn wir es mal kurz rüberziehen wollen, hier die 0,91,65 und hier ganz grob, hier drüben haben wir es liegen, jetzt muss ich mal schauen, ungefähr die Marke von 0,91. Das sind so Level, die wir auf der Oberseite sehen bei einer Korrekturauswertung. Aber, und jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, auf den wir unbedingt achten sollten, dieses Level hier an dieser Stelle. Das ist ein wichtiges Support Level. Warum ist das ein Support Level im kleinsten Bereich hier? Hier, schaut mal, da hat sich hier der Trend nach oben fortgesetzt und in diesem Bereich rum, also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, da nicht auf die extremen feinen Tiefs schauen, sondern dort, wo die Price Action gekommen ist, dort, wo das meiste sich bewegt hat. Und das ist halt nun mal dieses Ausbruchsband hier in diesem Bereich. Und das ist jetzt die Marke, die hier wichtig ist. Also dieses Level, was wir da unten drinnen sehen, dieser Schwungbereich hier, wenn der nachhaltig nach unten unterbrochen wird, das wäre die Umkehr. Ja, und dann haben wir nämlich im Kleinen einen absoluten Richtungswechsel, denn dann haben wir, schaut mal, dann sehen wir das hier. Halt, Moment, wir wollen das Ganze mal kurz in Rot haben. Dann sehen wir nämlich den validen Abwärtstrend nach unten laufen. Also das, was wir hier dann sehen in dem Fortgang, wenn es deutlich hier drunter geht, das ist dann die Umkehr des Ganzen. Und das wäre eine sehr, sehr flache Korrektur gesehen auf das, was wir auf dem Tagesschart sehen. Und das ist ein großes Zeichen von Schwäche. Und diese Schwäche, wenn die sich nach unten auslädt, das gibt uns Platz nach unten. Und Platz nach unten heißt, wir müssen jetzt dadurch, dass in der Stunde der Korrekturtrend so flach gewesen ist, in der Stunde haben wir da nicht so viele Anlaufpunkte. Das heißt, wir haben hier unten die Marke von ungefähr 0,9054, wo dieses kleine Zwischentief gewesen ist. Und dann das Trendtief hier unten um die Marke von 0,9030. Aber auf Tagesbasis wird es dann nämlich interessant, denn wenn wir tatsächlich unten drunter fallen, das heißt, diese Abwärtstynamik nach einem kurzen Rückschnapper schon wieder aufbauen, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier unten die Marke von knapp 0,90. Spannend. Interessant. Hoch 10. Und wenn wir uns das mal kurz auf der Woche noch mit anschauen wollen, dann kommt das ganz, ganz große Bild, was ich hier schon häufiger gezeichnet habe, wieder rein. Fallen wir tatsächlich unter die 0,90 drunter. Ist mal der nächste Punkt, sorry, ich muss mal in den Monatschart rein, Leute. Wenn wir dieses Level hier durchbrechen, ist der nächste Anlaufpunkt mal hier unten. Dieser Bereich, den wir hier drüben sehen, das Level hier, ich skizziere es nochmal kurz an, hier unten dieser Bereich, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt. Also die Marke von um die 0,8790. Da ist viel, viel Luft nach unten. Die Entscheidung, die wird, denke ich mal, in relativ kurzfristiger Zeit auch fallen. Das ist der Blick in das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Tjo, dann schauen wir jetzt noch auf Euro-Austral-Dollar, hier an dieser Stelle. Puh, da ging es ordentlich zur Sache nach oben hin und die Sache ist noch nicht zu Ende. Das ist nämlich jetzt sehr, sehr interessant, was hier passiert. Wir haben im Euro-Austral-Dollar eine, eine, haha, gefühlte Ewigkeit, eine Seitwärtsbewegung gehabt, ja. Hier geschwankt zwischen 1,608 und 1,654. Und jetzt kam der Schub nach oben und das ist interessant und spannend an dieser Stelle. Ich habe das jetzt mal, ich lasse das jetzt einfach mal in diesen, in diesen, in diesen rötlichen Farbton hier. Ich glaube, Pink nennt sich das Ganze hier im Metatrader. Wir sehen momentan die Korrektur dieser hochdynamischen Aufwärtsbewegung. Und die Verortung ist extrem lecker. Denn wenn wir hier in diesem Bereich nach dem Schub nach oben wieder Käufer finden, ist das ein sehr bullisches Zeichen. Das heißt, wenn dieses Ausbruchslevel um die 1,654 hält und wir hier direkt wieder Käufer reinbekommen, das wäre echt eine spannende Story. Hier, dann wäre das die Umkehr. Die Umkehr ist noch nicht da, ja. Ich bitte wirklich darauf zu achten. Wir sind weiterhin verortet hier in einem Abwärtstrend. Also dieser Markt hier läuft absolut nach unten, ja. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also der korrektive Abwärtstrend ist hier an dieser Stelle weiterhin intakt, ja. Das haben wir hier drinnen laufen. Also, der ist da. Und wenn der jetzt hier unten ein neues Tief macht, setzt der sich auch weiter fort. Kann er gerne machen, ja. Solange wie er nicht hier unten drunter durchfliegt und wir hier massiv Abverkauf sehen, ist alles okay. Ja, das heißt auch hier, bitte, nicht punktgenau arbeiten, sondern schaut mal hier. Das hier war der Drehbereich. Und dieser Drehbereich ist halt auch jetzt da und aus jetziger Sicht können wir ohne weiteres irgendwo hier in diesem Level anfangen, nach oben zu drehen, ja. Das kann an dieser Stelle alles passieren. Da müssen wir einfach nur warten. Worauf ich warte ist, hier, ich zeige, ich skizziere es mal. Was ich für eine Umkehr sehen möchte, ist das hier. Einmal, zweimal, boom. Das will ich sehen. Das ist die Umkehr nach oben. Das wäre das bestätigte Bild und das würde dann auch im Umkehrschluss daraus führen, dass wir halt diesen Abwärtstrend hier rausnehmen. Also, das, was jetzt hier korrektive Phase ist, nehmen wir dann nach oben raus und das ist das, was wir brauchen. Das ist die Umkehr der Nachfrage und das ist ein Kaufsignal für die Long-Richtung. Solange, wie das aber noch nicht passiert ist, müssen wir, wie schon gesagt, damit leben, dass wir hier durchaus noch ein bisschen Ausweitung nach unten bekommen können. Und der erste größere Anlaufbereich, mal aus Trendtechnischer Sicht gesehen, wäre mal hier unten dieses Drehlevel hier, was wir hier haben in der Stunde, um die 1, naja, 64, 9 bis 65 in diesem Bereich hier oben. Das ist mal der Marker, wo wir ohne weiteres auch in die Korrektur reinlaufen können, ohne diesen schönen Aufwärtstrend hier kaputt zu machen. Also, das, was sich sozusagen hier gebildet hat, das ist ja der Trend, der hier nach oben läuft und die Korrektur kann sich ohne weiteres bis in diesen Bereich unten hin ausdehnen, ohne das Gesamtbild kaputt zu machen. Interessant an dieser Stelle, wir haben jetzt Potenzial noch nach unten und nach oben. Im großen Bild, die Umkehr kommt dann, wenn wir hier, sage ich mal, den Trend wieder in die Aufwärtsrichtung laufen haben. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Und dann kommen wir heute jetzt noch zum Gold. Da hatten wir letzte Woche schon die Frage, wird es ein Long-Freitag oder nicht? Ich muss ja lachen. Gold ist momentan so crazy. Ei, ei, ei. Also, dynamische Moves sehen einfach anders aus. Das ist einfach dieses Ganze. Ich kann hier ein Dreieck nach dem anderen Mal in diesem Chart. Die Dreiecke werden auch immer kleiner. Das ist einfach crazy. Also, wir sehen heute den Freitag natürlich jetzt aktuell noch nicht unter der Maßgabe, dass man hier nach oben läuft. Ich räume das mal ganz kurz auf. Also, wir müssen schauen, was kommt. Wir sehen den Abgabedruck von gestern. Haben wir auch im Euro gesehen. Der ist gestern wieder ordentlich unter die Räder gekommen hier an dieser Stelle. Das sind wichtige Fakten, die wir hier sehen. Was wir im Kleinen halt sehen, ist, wir sehen einen lethargischen Aufwärtstrend. Wir sehen es hier, dass das letzte kleine Dreieck an dieser Stelle auch schon wieder nach oben rausgenommen wurde. Hier drüber, drunter, unten angelupft, wieder hoch. Also, das sind extrem enge Spannungsbereiche, die wir da momentan haben. Und das ist halt ein wichtiger Fakt. Das kann man hier unten auch noch drunter ziehen. Und jetzt aufgrund der Enge zu sagen, okay, wir bekommen hier einen Reversal Freitag, müssen wir sehen, was in den kleinsten Zeiteinheiten läuft. Aber, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, dann sehen wir halt einfach auch dieses Hin und Her, was wir hier im Gold momentan haben. Das ist durchaus interessant zu sehen. Und wir sehen halt momentan dieses Level hier unten. Also, diesen Bereich hier um die, ich sag mal ganz grob, 1895 bis 1900. Also, dieser etwas größere Drehbereich, den wir hier oben haben, dieser Schwungbereich, der ist wichtig. Da sehen wir aktuell halt einen Lauf. Hier, schaut mal, man braucht halt ein bisschen Nervenstärke, wenn man das Ganze mal sieht. Wir haben hier schon einen Trend, der nach oben läuft, der immer wieder hier unten anfängt anzulupfen. Und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Wenn wir tatsächlich jetzt aber zum Freitag den Aufwärtsschub sehen wollen, dann brauchen wir hier eine Bestätigung. Und das ist das, was wir jetzt im leichten Ansatz sehen. Und da kommen wir wieder mal so ein bisschen zurück zu dem Thema der Dreiecke hier an dieser Stelle. Ich skizziere das mal ganz kurz, wenn ich das hier nochmal rankriege. Also, hier, schaut mal, Nummer 1, das wäre die eine Seite. Nummer 2 haben wir hier steigend tief. Also, auch hier bildet sich momentan eine Art Dreieck aus. Das kann man auch von unten noch so ein bisschen sehen, wie man es haben möchte. Je nachdem, wie man es braucht. Das ändert am Chartbild nichts, wie man es ziehen will. Wichtiges 1, wenn wir hier oben drüber gehen, haben wir tatsächlich gute Karten nach oben rauf zu laufen. Kurzfristiger nächster Anlaufpunkt ist mal hier die 1910 bzw. hier die 1912,70 in etwa, die ersten Drehpunkte. Und wenn wir dann tatsächlich mal ein bisschen Aufwärtsschub bekommen sollten, dann haben wir hier die Anlaufmarker liegen an den kleinen Hochs um die 1920 und mal wieder oben hier die 1931,50. Das ist der Marker, den wir hier schon mal besprochen hatten. So schaut es aus. Also, auch hier Entscheidungsmerkmal haben wir da. Der Markt momentan ein bisschen lethargisch, aber wir sehen es. Es gibt schon immer mal sehr dynamische Bewegungen. Und wer sich hier auf die Lauer legt, kann durch diese dynamischen Bewegungen halt auch oftmals belohnt werden. Das ist der Punkt, den wir hier haben mit Blick auf Gold. Das ist also auch da. Weitere Fragen haben wir dazu jetzt nicht. Da würde ich sagen, ob der weit fortgeschrittenen Zeit widmen wir uns jetzt mal noch dem nächsten Thema, was ich hier auf der Uhr habe. Tja, und das ist hier das Thema mit der Wirtschaft, mit der US-Wirtschaft, die wir hier drin haben. Thema Biespuk. US-Wirtschaft weiter im Griff von Covid-19. Ich mache jetzt noch ein zweites Video.